Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchila und heute bin ich hier für euch in Battle for Esser unterwegs. Und zwar wollte ich heute ein bisschen meinen Zanderlei-Trollen weiterspielen. Mittlerweile bin ich Stufe 77, wir haben es spät in der Nacht und meine Stimme ist schon ein bisschen lädiert. Und ja, mal gucken, machen jetzt nochmal eine gechillte Stunde, dann komme ich zumindest noch hoffentlich auf Stufe 80 und wir werden jetzt einmal hier Wattel queuen. Und ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das eine clevere Idee ist. Denn ja, mit Wattel spielen hat auch Dungeons rein, die man auf keinen Fall kommen will, wie aus Metzen von Stratholm. In der Instanz ist man etwa eine halbe Stunde und kann nichts dagegen tun, dass es schneller geht, weil man halt sehr, sehr viel warten muss. Und eigentlich, wenn du die Instanz kommst, dann kannst du direkt liefen. Ja, das macht alles keinen Sinn. Also das werden wir dann auch machen, sollten wir jetzt in Stratholm reinkommen. Burg wäre okay, Nexus wäre auch gut, da gibt es viele Quests. Also Yollner-Rub wäre ein Traum, die ist so schnell gemacht, ne. Wäre alles gut, ne. Gibt viele gute Instanzen, die man kommen könnte. Burg Utgard ist okay, ja, kann man machen. Aber Dings willst du halt, oder auch Turm Utgard, das ist nicht schlecht, ne. Aber Dings willst du halt auf keinen Fall. Also hier, Okulus ist auch so eine Geschichte. Ich mag Okulus persönlich, ne. Es gibt aber viele Leute, die Okulus absolut nicht mögen und nicht können, ja. Weil sie nicht mit dem Drachen rumfliegen können. Da ist in dreidimensionalen Raum wird es dann für manche schon schwierig. Wird es in den 70er DK? Ja, das hättest du jetzt früher sagen sollen. Bei der nächsten Instanz kannst du gerne mitkommen, wenn du möchtest. Ah, schau mal, Nexus. Können wir auch Grubel von Saron kommen? Das könnte theoretisch sein, ne. Die müsste ja auch im Pool mit drin sein. Da brauchtest du aber, ich meine... Ne, gibt es Grubel? Gab es das auch Normal? Ich bin jetzt gerade echt am überlegen. Ich glaube, ich hatte Grubel noch nie im normalen Level-Ding. Ich kann ja mal nachschauen, ob es theoretisch drin wäre. Stimmt, Prüfung des Champions ist auch drin. Schmiede. Seelenschmiede haben wir drin. Tatsächlich, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du für Grube... Ob du nicht ne... Du musstest, glaube ich, ne Questrei damals machen. Weil ich sehe jetzt die Grube von Saron... Ne, Hallende Reflexion ist auch drin, ne. Auch da ist sie. Ja, die Neuen sind auch drin. Also Neu, also damals halt. Äh, Neu, ne. Neu ist das schon lange nicht mehr. Ne, du kannst es anscheinend auch normal gehen. Tatsächlich. Ach komm, ich bin halt nur im Silence. Was ist das denn? Irgendwie will der eine Mob nicht wegkommen. Ah, ich... Ja. Ja, ja. Wieder im Silence. So. Jetzt ist die Frage, ob wir gleich einen großen Pull machen oder ob wir das gemächlich machen. Naja, Grube von Saron wäre nicht so geil. Da ist das Scaling halt echt kacke. Achso, ich wollte mein... Ja. Gut, dass du sagst, ich wollte den... Den Pot reinschmeißen. Ich hab die ja... Ja, hab ich die... Da sind sie. Ich hab vorhin die ganze Zeit ohne Pot gespielt. Komm, wir versuchen es jetzt einmal. Alle CDs rein und dann... Ihr zeigt mir, was ihr könnt. Habe ich eigentlich noch keine Damage-CDs mit dem Parler? Fällt mir grad so auf. Hattest du da nicht... Ne, ach Zorn kommt erst mit. Flügel kommen noch. Ich wurde gestunnt. Hm. Ich vermisse die Flügel auch. Ich will die mal reinwerfen, aber nö. Da hätte Hexer aber ganz gut rein eredet, hm? 2 KDPS. Wenn sich die anderen, die dir jetzt mal eine Scheibe von abschneiden, der macht Damage. Da wurde er weggenatzt. Ach komm, dieses blöde... Die blöden CC-Effekte immer hier. So, jetzt hab ich dann gleich nichts mehr. Jetzt müssen sie sterben. GZ... Ne, ich hab noch... Ich setz mich mal. Mach das mal, dann noch einen kleinen Pull. Ich hab noch ziemlich viele Flas drum, Flacken. Ich vergesse es bloß halt teilweise rumzuschicken, ne? Ich hab ja auf meinem Horden-Main-Char habe ich ja 900 Abzeichen. Das sind irgendwas... Was war das? Ich glaub 180... Dings sind das, Fläschchen. Und das dürfte erst mal eine Weile reichen, was ich noch hab. Und auf ein paar anderen Chars hab ich auch noch ein paar Marken. Auf dem Horden-Char hab ich nur so viele. Weil ich mir das Horden-Mount für 750 nochmal gefarmt hatte. Und... Ähm... Ja... Dann Blizzard einem ja die Marken zurückerstattet hat, weil es eigentlich nicht so gedacht war. Und ich mir die quasi umsonst gefarmt hab. Fand ich gut, dass sie dann noch zum Schluss gekommen sind. Hey, komm, wir erstatten sie. Jetzt hab ich auf jeden Fall genug Marken für die ganzen Twink-Chars. Okay, da haben wir die Dings geedit. Okay, gut, die Tartal-Wagen, glaub ich, das Problem ist ein bisschen zu weit vorne gespawnt. Soll die Mobs plus den... Frag mich mal, wenn du die Weile in der Luft ziehst. Ne, die landet trotzdem am Boden. Wird das Bubblen? Ja, das kann ich da... Oh, warte mal, das war vielleicht keine gute Idee. Hm. Also den Eisblock konnte ich wegbubbeln, aber... Dann hat halt alles andere außer Miagro, ne. Das ist halt eher suboptimal. Wir müssen hier bloß dran denken, dass wir beim zweiten Boss unser Item einsetzen. Naja. Problem. Hinter dem Boss, ne, diesen komischen... Ja, genau, das vergesse ich halt jedes Mal. Das muss ich halt einmal drücken. Ja, den Rabenfürst hab ich. Wurde ich heute schon mal gefragt. Wieder die Frage. Weiß ich nicht, ist der Rabenfürst so ein besonderes Mount? Gab's auch. Keine Ahnung. Ein paar Mal gefarmt. Ja, mittlerweile geht es ja... geht es ja fix, ne. Also auf Level 70, da hat man ja mittlerweile ein paar Chars, die das machen können, dann hast du es ja schnell. Ist ja nicht mehr vergleichbar mit früher. Wurde da noch... Druid hatte ich ja... Ich hielt es fast Nachmittag, aber heute Abend schon erzählt, ne. Gefarmst halt im Jahr, okay. Das ist... Gehst du da... quasi jede zwei Monate mal rein, oder wie? Du fragst für einen Freund, ja. Ne, ich hab tatsächlich... ziemlich viele Mounts, weil ich halt ein Mountsammler bin. Und... natürlich hab ich auch den Rabenfürsten, ne. Ich hab eigentlich alle Mounts von alten Contents, bis auf den Shardestorns Mount, ne. Da bin ich leider immer noch dran. Und sonst fehlen mir halt nur ein paar aktuelle, aber auch nicht mehr viele. Und... Ich hab jetzt mit dem nicht alle Mounts, die ich mit dem Main hab. Aber wenn ihr schaut, also das sind die Mounts, die mir noch fehlen. Das sind etwa so zehn Stück hier unten. Die hier sind das. Das sind halt meistens Insel-Mounts. Ähm, Mounts, die noch nicht drin sind, wie das hier zum Beispiel, ne. Das kannst du ja noch nicht hier spielen, weil das Timewalker-Event noch nicht war. Was ist denn das jetzt eigentlich? Das müsste da jetzt auch bald sein. Ich glaub, ich hab Ende Mai gesehen, dass es kommt. Ende Mai, jetzt schauen wir mal. Hier, Dungeon Battle for Azeroth. Hier. Zeitwandlerung beginnt. Ja, das könnte sein. Stimmt, hatte ich mal geguckt, ne. Ich hab heute auch geguckt, weil ich wollte Shatar-Verteidigung den Ruf hochbringen. Aber dann dachte ich mir, dann mach ich das lieber dann. Stimmt, ja, dann wird's relativ einfach. Was schade ist, Zorns Mount, ähm, das farm ich seit, äh, damals, ne. Seit quasi Dings draußen ist, ähm, MOP war das, ne. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt mittlerweile ist. Man kam in MOP raus. Will das mal einer von euch nachgucken? Wann MOP rauskam? Ich schätze jetzt mal sechs, sieben Jahre. Ja, gut, ich sag mal so, im Moment farme ich's ja mit etwa, fast 80 Shars sind's, glaube ich, in der Woche, wo ich's farme, ne. Äh, ich hab's aber zeitweise mit nicht so vielen Shars. Manchmal waren's halt nur ne Handvoll, aber im Durchschnitt waren's wahrscheinlich immer über 20, 30 Shars, was ich's gefarmt hab. 2012, ja. Na gut, sechs Jahre kommt hin, sind's sieben, ne. Ja, ist krass, ist krass. Na siehste mal, ich, ich kann ja mal hier, also darf ich ja annehmen, im Kampf geht Rarity nicht. Aber ich hab, ähm, ich hab über 5000 Tries auf den Shard of Thorns, ne, mit beiden Accounts zusammen. Die sind ja, sind ja die Mounts auch geteilt, deswegen kannst du da auch beides zählen. Ich hab den bloß umhauen, also wenn ihr hier guckt, Shard of Thorns, ähm, sind 2449 steht hier, ne. Aber ich hab hier, wie gesagt, zwei Accounts und das ist der neuere Account, den ich erst seit, ähm, WOD hab quasi. Also den hab ich erst seit WOD, also Ende WOD hab ich mir den erstellt. Und beim anderen sagt's halt schon 2700 und ein paar zerquetschte. Ich bin einiger, also beim anderen hab ich noch ein bisschen mehr, mit meinem anderen Account. Aber es sind dann über, zusammen über 2000, äh, über 5000 Tries, was ich jetzt hab. Ja, ist halt, ist halt erstig. Die anderen, also da zeigt's halt die ganzen Mounts, das unten ist jetzt noch ein Toil, was ist denn das hier? Jetzt hab ich, das packt irgendwie, keine Ahnung, das wird falsch angezeigt. Die anderen Mounts, die da noch angezeigt werden, sind quasi die Inselmounts, die mir halt noch fehlen, ne. Und sonst sind's halt nicht mehr so viele, was ich noch brauch. Das ist zum Beispiel so ein Dingsmount, ähm, ähm, so ein Kartenspieler. Spielmount, ne. Das, das hab ich, das musst du bloß mit jedem Schar einzeln fahren. Und da das ein Zwing ist, hab ich mir das nicht geholt. Die ist nicht im Spiel, die Onyx, äh, Hyäne, keine Ahnung. Die haben sie reingebastelt, aber die sind nicht im Game drin, die kannst du nicht holen. Das kannst du halt auch noch nicht holen, weil es halt, ähm, halt erst Ende Mai kommt. Das ist ein Inselmount, das ist das Scharmount, wo ich dran bin. Das ist halt hier dieses, ähm, dieser Blizzard-Bär, den konntest du über den Dings holen, über die Blizzcon 2010, meine ich, oder 12, irgendwie sowas. Das ist schon lang her, die kannst du auch nicht im Spiel holen. Dann noch ein Inselmount. Chainer Mythic Mount, das hab ich leider auch noch nicht. Wieder eins, was quasi Timewalker ist, was du nicht machen kannst. Das PvP-Mount bin ich dran, da musst du Arena spielen für. Inselmount, Inselmount, ne. Also, es sind halt viele dabei, die du gar nicht holen kannst, weil die nicht in ein Game bekommen kannst. Aber im Großen und Ganzen ist es halt Schar, Inselmount, ein PvP, oh, war das knapp, ein PvP und das Chainer Mount, ne. Bei Inselmount sieht das schon ganz gut aus, ne, von den, von den neun Inselmounts hab ich jetzt insgesamt fünfe, ne. Die Woche hab ich zwei gekriegt, gut Inseln gespammt, das ist ganz, ganz nice eigentlich. Jetzt muss ich mal gucken. Wann ich jetzt Luck mit den anderen hab. Jo, Sarah, ich wünsch dir auch ne gute Nacht, ne. Ja, aber ich hab bestimmt auch 300 Insel. Inseln gelaufen in der Woche. Hab ja immer mit zwei Accounts gleichzeitig auch das Zeug gemacht, weißt du. Hab wirklich gespammt. Bin ja auch schon bei über 2000 Inseln, ne. Soll ich mal gucken, was hab ich bei dem einen Account. Hab ich 1350 und bei dem, glaub ich, auch nochmal so, sowas um den Dreh. 1290, ne. Bin ich bei 2600 Inseln. Ist halt auch nicht wenig, ne. Darf ich dich gleich im Battletech adden? Eher schlecht, weil ich halt, meine Liste ziemlich voll ist und du hast halt dieses Cap mit 200, ne. Deswegen adde ich jetzt nicht mehr einfach so die Leute. Außer ich mach halt irgendwelche Events oder solche Geschichten. Oder sie sind halt, äh, ähm, so Dings-Follower. Dafür tue ich mir noch ein paar Leute aufbewahren. Muss ich die leider enttäuschen. Ich muss hier diese blöden Bäume immer looten für das Zeug, ne. Das darf ich jetzt auch nicht vergessen. Sonst lieben gern, aber da es halt dieses Cap gibt, muss ich halt da ein bisschen gucken, ne. Da hab ich den auch. Drei haben wir. Gut, einen haben wir hinten noch, theoretisch. Also das geht auch aus. Den kannst du zwar eigentlich skippen, oder? Dann pull man einfach. Ah, Nexus ist halt schon eine lange Instanz, ne. Also, es lohnt sich eigentlich auch bloß einmal für die Quests. Danach, äh, willst du hier eigentlich nicht nochmal rein. Weil du musst blöderweise alle Bosse machen. Schick wär's, wenn sie das Ding umbauen würden, ne. Dass du direkt den Endboss beschwören könntest. Dann laufst du gerade rein, haust den einen Drachen um, beschwörst den Boss und bist fertig. Das wär halt ne schicke Sache. Oh, ich bin voll betäubt. Ich kann euch sagen, morgen wird meine Stimme tot sein. Ich merk das jetzt schon, ne. Mir tut schon der Hals weh vom Sprechen. Aber morgen will ich ja nur M+. Da muss ich wahrscheinlich... Obwohl... Da würdest du eher schreien. Ja, ja. Da werde ich wahrscheinlich, äh, mich aufregen, schreien, obwohl mir mein Hals weh tut. Und dann werde ich nur noch weinen, glaub ich. Ich freu mich schon. Du musst raiden, du kannst gar nicht, ne. Ja, zumindest abends nicht. Ja, mal gucken, wann ich da, wann ich dann starte. Ich brauch halt bloß noch drei Instanzen, ne. Ähm, Toll d'Agore brauch ich noch. Äh, Tempel von Setralis. Und, ähm, Dings brauch ich noch. Wie heißt da? Ähm, diese... Hier... Irgendwie Sturm-ähnlich. Wie heißt denn der... Wie heißt denn der Puff? Rein der Sturm. Ja, genau, so heißt der. Das Problem ist, eigentlich ist die Woche ja die einfachste, die es gibt, ne. Ja. Die Geschichte ist, es ist halt Boss-Buff. Und das sind halt die Innies, wo die Bosse teilweise ein bisschen knackig sein können, ne. Ja, also, ich sag mal so, im Tempel von Setralis, der erste Boss, Freeload. Wenn du eine Gimp-Gruppe hast, die aufs falsche Target draufschießt, killen sie sich halt gut und gerne mal selber damit weg, ne. Bei Boss-Buff ist es halt ekliger. Und vor allem Tempel von Setralis, äh, der Endboss. Da muss der Heiler halt wirklich was draufhaben, dass er, äh, das Gegen heilt, ne. Weil da hab ich auch, auch schon gesehen, dass das halt schief geht, ne. Sonst ist die Innies halt easy. Das nächste ist, ähm, Toll d'Agore. Ja, hast du halt die Geschichte beim Endboss mit den Kanonen, dass du richtig musst. Du hast die Fässer-Geschichte, die halt gut mal schief gehen kann beim vorletzten Boss. Ähm, gut, der erste, der kann absolut gar nichts. Also, da kannst du's eigentlich nicht verkacken, ja. Und, ähm, im Dingster-Boomster, hier, wie heißt's, ähm, im Schrein, da hast du halt lauter so beschissene Bosse. Ich war da, ich war da, ähm, drin, ähm, die, war das sogar die Woche? Okay, ich bin grad im Überlegen. Das war sogar jetzt, glaub ich, die Woche. Da hat sich jemand, ohne Scheiß, ich, ich weiß nicht, wie die Leute das hinkriegen. Äh, beim ersten Boss haben sich, haben sich vier Leute von dem Charge treffen lassen. Und, und ich red jetzt nicht mal von dem Charge, wo die Typen sich aufsplitten, also ich red vom ersten Boss jetzt, ne, wo die Typen sich aufsplitten, sondern wo nur der eine Boss ist, haben sie sich chargen lassen. Der, der, der dreht sich, ne, castet diesen Scheiß ewig und die haben sich wegchargen lassen, wurden halt gewonshotet von dem Scheiß. Also, deswegen, schwierig ist es alles nicht, aber wenn du Leute hast, die grenzdebil sind, dann, äh, wird's halt, ne, es sind halt solche Sachen schwieriger Content. Wollen wir mal gucken, ich hoffe, das läuft, äh, läuft irgendwie noch. Ja, ich hab halt genau die guten Indies jetzt nur aufgehoben, äh, aufgehoben quasi. Weil in den anderen kannst du eigentlich nichts verkacken, ne. Ich war zum Beispiel auch die Woche in Boralus gewesen. Ähm, da war so ein Worry dabei. Der hat die Hälfte irgendwie von dem Schaden von mir gemacht. Also, es war eine komplett random Gruppe, ne. Teilweise Engländer, ein Russe war auch dabei und so. Äh, und der ist alle fünf Meter gestorben, ja. Wir, wir haben das Ding doppelt, wir haben das doppeltchested, das war, glaub ich, ein Elfer. Ich weiß nicht, wie das ging, aber der Worry, der war so ein Gammler. Und der hat aber die ganze Zeit noch im Gruppenchat sowas geschrieben, so, hey, ja, das lief ja jetzt ganz gut und hin und her, das machen wir. Und irgendwann, ich dachte mir die ganze Zeit, Alter, du wirst hier so durchgezogen, da, der hat doch bestimmt einer von denen, von dir Gold gekriegt. Irgendwann schreibt der Hexer so, er soll jetzt die Bappen halten quasi, nur halt auf Englisch, aber, äh, dass eh, ob er hier geboostet wird oder was hier eigentlich verkehrt ist. Also, äh, der hat mir so aus, der hat mir so aus der Seele gesprochen, dieser Hexer. Da dachte ich mir, gut, ich bin, ich bin nicht der Einzige, dass ich das dachte, ja. Aber das, das, also so extrem habe ich es noch nicht gesehen, aber es hat halt, nur halt ist immer eher verreckt, aber er hat eh keinen Schaden gemacht, ja. Das werde ich vielleicht irgendwann die Tage nochmal hochladen, aber der war, der war richtig gut, der Typ. Er hat kein Damage gedrückt, ist überall gestorben und, äh, hat dann noch hier, ne, aufgeschwätzt. So, hey, Leute, liebe ich ja auch noch. So, 78 bin ich schon. Oh, hier, die Quests haben schon fast wieder die Hälfte gebracht, ne. So, dann queuen wir mal nochmal Wottel und hoffen, dass wir nicht Strattholm kommen. Must-Q auf? Ach, scheiße, ich wollte hier nur einladen. Ach, dammit, das hättest du früher schreiben müssen. Verdammt. Sorry. Stimmt, du wolltest ja mit dem DK mit. Äh, dann machen wir das nach Ankerheed. Dann kannst du gerne mitkommen. Hab ich jetzt, hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ja, sorry. Du weißt, ich hab ein Gedächtnis wie ein Goldfisch, da musst du... Das hättest du beim Endpost schreiben müssen. So, Leute, hier wird's wichtig. Ihr müsst diese Gammelfiecher kicken, ne. Sonst wird das richtig übel. Hier, die hier müsst ihr kicken. Okay, da kam der Kick. Jetzt pull ich mal weiter. Wenn das durchkommt, ist Feierabend. Und nicht die Art Feierabend, wo es da diese komische Wurscht gibt. Kennt ihr diesen Song? Rübenmühle, Dingsda oder irgendwie so. Nicht so ein Feierabend, sondern wirklich Feierabend. Da kommt der Schlag. Oh, gerade. Den einen... Ich kann zum Glück zwei kicken mit einem Parler, ne. Und hab noch einen Hammer, falls es geht. Und desorientieren, aber ich auch noch. Aber irgendwann bist du halt blank. Vor allem der Hammerwurf, äh, dieses Schildwurf. Es regeneriert sich ja auch manchmal, ne. Du kannst ja mehrfach werfen. Wenn's gut läuft, ja. Das stimmt. Ja, beide Gruppen. Ja, ja. Der Junge will sterben. Der will sterben. Nee, ich hab jetzt beide geinterrupted. So, jetzt muss von euch ein bisschen was kommen. Also, ich heile. Ich bin drauf. Pass euch. Okay, ich hab's jetzt... Ja, da kommt er durch. Nee, ich hab beide desorientiert. So, jetzt kann ich nochmal den einen... Also, ich hab jetzt schon fünf Interrupts gemacht, ne. Ich kann auch differenzieren. Du bist so ein toller Typ. Das hier für den Debuff. Ach, meine maximal Gesundheit um 18% verringert. Ja, egal. Hier, ne. Sie. Was, wie? Sie war's. Guck mal, du hast eine gute Idee. Ich musste immer diese Quests abgeben, ne. Das, ähm, darf man da nicht vergessen, weil sonst hängen die teilweise noch in der, in der Dings drin. Äh, in diesem Quest-Ding. Und du gibst sie nicht ab und dann bist du schon beim nächsten Boss und dann hast du eh wieviel die Quests verpasst. Das ist immer echt nervig. Man muss ja immer echt auf, bissl auf Zack sein. Die sollten sich am besten mal automatisch abgeben. Oder ein bisschen deutlicher aufploppen. Ne, den Dings machen. Den großen. Wenn wir jetzt einen Rogue hätten, dann könnten wir unten relativ gut was skippen, weil du kannst hingehen und diese Dinge aktivieren und dann, ähm, na, schau, jetzt musst du die Quest abgeben. Die nächste annehmen, obwohl es keine Items für gibt. Die, die Eier kann man aktivieren mit dem Rogue und abhauen. Ja, ja. Oder was das sauer ist. Du kannst, wir können es auch so aktivieren und du kannst auch einen Hochschick, äh, schicken, der stirbt, quasi. Und, ähm, das geht auch, aber ob das viel kürzt ist und ob das jemand machen will. Du musst ja nur draufklicken, dann sind sie aktiviert. Die Mobs müssen nicht sterben. Du kannst hier einfach quasi, ähm, dann dich hinlegen. Das geht. Mit dem Rogue kannst du halt vanishingen, zum Beispiel, ne. Das wusste ich auch noch nicht, aber, ne. Ja, dann kannst du ein bisschen Zeit sparen. Wir könnten jetzt irgendeinen, irgendeinen DD hochschicken, der da draufklickt, stirbt und, gut, du fährst ja halt einen Mob, ne, ob das dann wirklich schneller ist. Du könntest auch beide anquatschen, hochgehen und wir müssen weit genug weg, dass wir nicht in Combat kommen mit den Viechern, das würde schon gehen. Wenn du jetzt schnell wirst und es mit beiden machen kannst. Fuck, ich werde da ins Nirvana geführt. Ah, okay, er ist tot. Das erste Ding hat schon mal funktioniert. Der Hunter könnte es halt easy mit Totstellen machen, fällt mir gerade ein. Könnte hingehen, aufmachen, Rückzug, totstellen. Ganz, ganz vom Anfang an. Naja, gut, bis der Hunter... War der Hunter noch einer? Ne, das war keiner aus dem Siemens von Random. Ja, komm, dann machen wir die einfach. Von meinem Server, uh, sieht man selten. Aber ich glaube, wir brauchen die Mobs eh für eine Quest, sehe ich gerade. Also die, ne, der Einsatz von dem DK war prinzipiell vorbildlich, aber total sinnlos jetzt, weil wir müssen die Mobs eh für die Quests killen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Aber das ist halt so eine Taktik, die du damals im Dings benutzt hast, im Timewalker, wenn du extrem schnell durchkommen wolltest. Ja gut, äh, ne? Kriegst eine Eins-Plus fürs Versuchen. Du darfst nie auf Tela hören. Ich hab ja nicht gesagt, dass du's machen sollst. Ich hab nur gesagt, es ging, ne? Ich hab ja jetzt nicht bedacht, dass wir die Quests auch noch brauchen. Ja, das ist, ne, war jetzt ein bisschen, war jetzt ein bisschen sinnfrei, muss ich gestehen. Aber das ist sich fürs Team geopfert. Ne, also das Ding hier ist schon aktiviert, also... Ja, gut, ja. Du hast halt einmal Reppkosten und Laufzeit gehabt, ne? Passiert sowas. Aber schau, jetzt hast du was gelernt. Das ist doch schon mal was. Kannst du das nächste Mal in dir drin das angeben mit deinem Wissen? Aber ich hätte ja theoretisch... Fuck. Weißt du, ich bin ja ein Paladin-Head-Hunter-Freiheit, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch ein Global, oder? Alter, die haben sogar... Die haben sogar Hunter-Freiheit auf ein Global gepackt, ne? Die... Den fällt ja was ein. Die sind mutig hier, ne? So, glaubt ihr, dass wir gleich nach dem Boss den Skip hinkriegen? Es ist nämlich so, wenn du quasi bei der Treppe gleich rechts runterlaufst, kannst du alle skippen. Außer, wenn du einen Vollidioten drin hast, der einfach den ganzen Raum holt. Das habe ich schon so oft gesehen. Oh, der hat dich jetzt ins Target genommen. Hier gibt es ja die Vermutung, der, der als erstes angreift, der wird immer ins Target genommen, ne? Und quasi mit dieser Vampir-Umarmung. Da war es aber nicht so. Ich war ziemlich weit noch im Gang, als du gepolt hast. Hm, komisch. Ne, es geht ja der Erste, der ihn untaggt, wenn er den Dings macht. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil da stehen immer alle... Oft alle rum und hauen den nicht an, ne? So. Weil du da ewig im CC bist und kein Damage machen kannst. Nicht beweisen kannst, dass du der große Held vom Kartoffelfeld bist. Scheiße, jetzt bin ich da in der Wand hängen geblieben mit meinem Palermount. Was hier drin nicht ziehen. So, Leute. Jetzt müsst ihr zeigen, ob ihr kompetent seid. Laufen gleich nach rechts. Komm, ich stelle Raidmarks auf. Hier. Raidmark. Raidmark. Der Mond ist noch zu vergeben. An dich selber. Nein, die addest du auf jeden Fall. Die musst du machen. Die kannst du nicht auslassen. Aber dass du die ganzen Gruppen rechts und links triggerst, an denen kannst du nicht vorbei, außer du hast einen Rogue. So, jetzt ziehen wir die ein bisschen weg. Es geht um die ganzen Mobs hier. Es läuft eine Putt rum. Und meistens, wenn ich da runter springe, läuft einer außen rum. Oder ein Pad läuft außen rum. Pullt die Putt. Die Putt pullt die Gruppe. Die Gruppe pullt die nächste Gruppe. Und dann hast du alles an die Hacken. Plus die hier. Und dann stirbst du. Weil die machen relativ viel Schaden. Das ist so oft gesehen. Die eine, die musst du machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und morgen nochmal leveln. Ja, du prinzipiell würde jetzt nicht unbedingt so viel dagegen sprechen. Aber ich will morgen M plus machen. Das zum einen. Die drei Instanzen. Und natürlich, wenn du sagst, drei Instanzen, dreimal eine halbe Stunde, müsste schnell gehen. Aber ich habe ja vorher schon ein paar Gründe aufgezählt. Ich glaube, dass das ein paar Deplits werden. Und dass ich da morgen mit den drei Instanzen wahrscheinlich schon ein bisschen beschäftigt bin. Außer, ich glaube, Pico hat morgen E-Rate. Also kann er da schon mal nicht. Also ich kann helfen, wenn es vor 20 Uhr ist. Du willst. Ja. Vielleicht kriege ich ja noch meine beiden Brüder überredet. Mal gucken. Ich glaube, bei mir gibt es morgen 17 Uhr Essen. Da müsste ich bis 18. Ich weiß nicht. Ich könnte um 18 Uhr starten, um zwei Stunden oder so gechillt machen. Das würde funktionieren. Das würde funktionieren. Sorry, Decker. Ich musste mich für jemanden entscheiden. Ja, das hast du dich bestimmt richtig entschieden. Theoretisch könnte ich auch am Nachmittag. Aber ich wollte nachmittags mal... Also ich werde... Wenn ich jetzt um drei ins Bett gehe, werde ich morgen halt ziemlich spät aufstehen. Ähm... Das zum einen. Und außerdem wollte ich morgen mal ein paar Videosachen fertig machen. Ja, also... Je nachdem können wir es morgen schon machen. Ähm... Dass wir so 18 Uhr bis 20 Uhr ein bisschen leveln. Dann können wir noch zwei Stunden oder so machen. Und dann quasi mach ich ein Plus. Quasi ab 20 Uhr. Das würde auch gehen. Also dann so bis 23 Uhr oder so. Die drei Stunden. Also das müsste eigentlich easy durchgehen. Weil sonst hab ich die Woche schon das ganze Zeug gemacht. Mein Inselcap hab ich schon gemacht. Äh... Die Raids hab ich schon gemacht. Weil da muss ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Also passt das. Mach gleich Tool auf. Ja, diesmal dränke ich dran. Gut, dass du es jetzt sagst, ne? Dann gibt's wieder ein Plus Rage. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn ich mit dem fertig bin, ne? Dass ich alle auf den Zehner hab, dann werde ich erst mal nur noch immer die eine... eine der Woche machen. Dann muss ich mich dann immer so viel ärgern. Und dann ist es mir auch wurscht, ob das in-time ist oder nicht, weil da geht's dann nur noch um die Chest. Und um nix mehr anderes sonst. So, dola. Dann lass mal lieven, dass wir den einen... das verlorene Kind noch mitnehmen. Oder müssen wir noch irgendwas quest-technisch hier machen? Ne, haben wir alles, ne? Das sieht gut aus. Jo. Ja, gut. Naja, aber da ist es mir dann nicht mehr so wichtig. Da geht's dann bloß noch dran, durchzukommen. Und ja. Da ist es dann nicht mehr so schlimm. Mal gucken. Wollen wir dann morgen nochmal ein bisschen was machen? Dann können wir vielleicht schon nächste Woche einen Sack zumachen, wenn's gut läuft, weißt du? Also nächsten Samstag. Also nicht. Heute kommen wir bestimmt noch jetzt auf Stufe 80 zumindest. Denk ich mal schon. Und morgen, wenn wir noch mal zwei Stunden machen, dann schaffen wir's bestimmt in den höheren 90er-Bereich, in den höheren 80er-Bereich. Und dann ist halt eh nicht mehr so weit. Dann kann ich nächste Woche sicher schon fertig basteln mit dem hier. Jo. Ich bin immer dabei. Dann mal gucken. Hast du noch Halichars offen, die du machen musst? Nee, also ich hab alle neun neun Rassen hier fertig gelevelt. Ich hab ja sogar den Gnome von neu angefangen. Ähm, nur wegen der Rüstung, die irgendwann mal kommen soll. Ansonsten müsste ich nur einen von neu machen. Wenn, wenn dann... Also, alle Allis hab ich über 110. Äh, alle Alli-verbindeten Völker meinst du, oder? Alle. Klassen, alle. Ich habe. Okay. Ich hab, glaub ich, 18 Allis. Nee, mir geht's jetzt noch, ob du noch irgendein, ob du noch irgendein Schar leveln müsstest, irgendein verbündetes Volk, weißt du? Nö, im Moment nicht, nein. Okay. Nee. Alle, alle sind Max-Level. Also ist quasi der Troll jetzt auch dein letzter gewesen? Horde hab ich noch. Magar. Auf 52, glaub ich. Okay. Ja, und dieser Troll hier. Mhm. Schauen wir mal, dass wir noch eine gute Inni kommen. Bitte enttäusch mich jetzt nicht, ne? Wir sind so gut jetzt um Stratholm rumgekommen. Oh, ich ahne Böse ist echt. Yes! Aziol? Ja, naja. Aziol in der Rube. Ich kenne die Ladebildschirme. Das ist halt perfekt. Besser geht's nicht. Nee, ich bin dann tatsächlich auch durch. Also, wenn ich den hier auf Max habe, habe ich alle verbündeten Völker fertig. Wir machen da unten jetzt mal einen Insane Pull. Jetzt bräuchte ich halt Bubble Taunt, ne? Ja, der Pull kann auch schief gehen, wenn ich wie jetzt hier eingewickelt werde, dann bleibe. Du kannst einmal Bubbeln, ne? Aus den Dingern. Wir machen jetzt die hier und dann nehmen wir die drei mit. Da gab es damals auch ein Achievement für, im HC aber. Das geht zu 70% schief, würde ich sagen. Also, wir haben so eine 30% Chance. Wenn wir richtig Damage haben, dann geht das. Warte mal, was haben wir denn? Todes oder Hexenmeister? Todes oder... Gut, wir haben keine HT, ne? Spart euch eure Ressourcen auf. Dann knallen wir jetzt gleich richtig durch hier. So. Also, Moment, wie machen wir das jetzt am besten? Ich lege jetzt mal hier eine Weih. Okay, der hat schon gepullt. Oh, sogar Boss auch? Ja, natürlich. Wenn, dann wird... Wenn, dann knallen wir sowas von rein. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Wenn, dann wird richtig geknallt. Wir sind jetzt wieder so ein paar Porno-Anspielungen machen. Das lasse ich jetzt aber. So, weißt du? Oh, ich bin desorientiert. Ich bubble. Ich hab... Ich muss... Passt schon. Jetzt wird keiner so richtig aggro. Das gehört halt alles Mögliche. Aber ich bleibe jetzt mal voll in der Bubble drin. Lass euch ein bisschen. Ich hab halt keine CDs mehr. Jetzt werde ich... Okay, ich bin tot. Oh, ich kann Soulstorm nutzen. Als den Hext. Ich bin wieder desorientiert. Ich bin gleich in den Dings drin. Ja. Kannst du noch boppen oder so? Nee, nee, nix. Boss ist tot. Ich bock mich selber jetzt. Hau mich mal raus. Ich hab dich rausgehauen. Fuck, ich bin auch nochmal gestorben. Es ist alles tot. Wir haben es tot gemacht. Es ist total sinnlos. Es wäre wahrscheinlich... Obwohl, ich weiß nicht, ob wir jetzt insgesamt schneller gewesen wären. Aber es hat Spaß gemacht. Sowas musst du manchmal probieren. Wir haben es tot gekriegt. Das Problem ist, die hauen halt alle gut Schaden raus. Und die C10 halt auch noch. Das ist halt das Knackige an der Geschichte. Ja. Und das ist halt nicht ganz easy. Ah, sowas ist auch mal wieder lustig. Sowas müssen wir halt mal ausprobieren, ne? Auch wenn du weißt, dass es jetzt vielleicht nicht clever ist, sowas zu machen. Aber das hat halt auch ein bisschen Funfaktor. Wenigstens hast du einen vorgewarnt. Dann kann man schon mal ein paar Cooldowns ziehen. Dann geht das so einigermaßen. Einigermaßen. Jetzt ist alles raus, ne? Gut, Hand auflegen hätte ich noch gehabt. Aber ich hatte ja eh den Diva von dem her. Ja, habe ich auch noch sogar übrig. Aber kannst du da nicht sehen. Wenn ich habe einmal gebobbt, einmal gebabbelt, da machst du nix. Mit Bob meinst du Segen des Schutzes? Genau, Bob ist Segen des Schutzes. Also ich hätte ihn, ich glaube, auch einsetzen können, als ich gesehen habe. Der spinnt jetzt auf mich dieses Netz, ne? Ja, genau, deswegen, das habe ich, ich habe einmal gebabbelt, wo ich im Netz war. Und einmal gebabbelt, wo ich dann nochmal, äh, einmal Segen des Schutzes quasi, wo ich nochmal drin war. Mit den, mit den deutschen Begriffen, da wirst du immer so ganz komisch angeguckt. Weil die, diese ganzen, äh, Pseudio-Lithio-Spieler, die hatten natürlich nur Englisch. Oh, das wurde gekippt. Und, äh, ja, da ist jetzt die Idee. Wenn du dann die deutschen Begriffe ziehst, ich, ich habe, glaube ich, also da habe ich gesagt, irgendwie, ähm. Ja, ich, da habe ich nicht, doch, Pains Up sage ich eigentlich schon immer, das Englische. Äh, Pains Up bleibt für coolen, sage ich auch das Englische. Bob, ich weiß nicht, irgendwas. Ich glaube, ich habe, äh, könnte sogar sein, dass ich irgendwo mal Segen des Schutzes gesagt habe. Und dann so, ja, was willst du, hm, so ganz komisch, so was. Und dann denke ich, ja, komm, gib mir eine Bob und gut ist. Mach halt nicht rum, weißt du, was gemeint ist. Das Geist oder so. Oder eine Sack, glaube ich, ne, für eine, also Sack ist ja Sacrifice, das ist ja, äh, Aufopferung. Genau, ich glaube, ich habe Aufopferung gesagt. Ne, das, was du ja jetzt auch hast. Segen der Aufopferung, das ist ja, Sack, keine Ahnung, wie das auf Englisch heißt. Die meisten sagen halt Sack. Dann wollte ich von Pala halt eine Sack haben und habe halt gesagt, Aufopferung. Dann ist schon so blöd rumgetan. Ja, gib mir halt die scheiß Opferung. Du hast ja eh nur den CD, also was soll es denn anders sein? Na, manche dann sich so auf das Englische einschießen. Hm, ich bin wieder gesilenced, sorry. Ja, egal, der Boss ist tot, die einen und die Kleinen können ja nix, lass die einfach mitziehen. Einfach mitziehen mit dem Kack. Ah, die blödes Genetze. Gar nicht. Eigentlich sage ich schon bei den Ganzen hier, es gibt viele CDs, es gibt Klo, äh... Habe es denn sonst noch Sack gibt's? Paints Up, Life for Kuhn. Was bist du denn jetzt? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein Häschen-Typ. Ihr hattet mir wieder, wieder, wie viel? Komm, ich stehe dazu, das ist männlich. Ein pinkes Kleid mit grüner Haut, das hat was. Warte, ich kann zum Nachtelfen werden, hier mit Siras Umhang. Mach das mal, wer zum Nachtelfen? Na, das ist mir gegeben, na danke. Da lädt man so jemanden in die Gruppe ein, weißt du, und dann sowas. Das mit den Anglizismen ist ja allgemein so, dass das immer mehr mit reinfährt. Mittlerweile sage ich halt auch Thorn und nicht mehr spotten, weil halt so oft mit Englern dann irgendwann dann auch mal in Gruppen ist und dann gewöhnt man sich's halt irgendwann auch an, ne? Oder es gibt halt andere, die so pseudomäßig wieder Englisch sprechen und dann hast du das halt irgendwann drin. Viel auch mit den CDs ist über, damals, wo ich noch viel Arena gespielt hab, mit Gladiator LOS, wo es dir dann halt die ganzen CDs angesagt hat mit, wenn du schon gehört hast, Pauli, Pauli. Und du wusstest schon, scheiße, ich muss jetzt auf jeden Fall in die Gestalt wieder reinswitchen oder Hibernate, wenn ich das schon gehört hab, jetzt läufst du schon eiskalten Rücken runter, weil du wusstest, scheiße, jetzt bin ich da wieder hier im Hibernate. Wie ist es auf Deutsch? Ich glaub, Winterschlaf oder sowas ist. Und dann musst du wieder aus der Katze rausswitchen oder so ein Zeug, das ist halt, ne? Alles mögliche, andere Sachen. Oder Karma, ja, wo du dann nicht durchprügeln darfst. Und dann hast du aber so, hier die, übrigens die Taktik, wo ich jetzt, wo meine Gruppe jetzt fährt, ich hab ja einen, also im Dreier einen Hunter und einen Priest quasi, einen Diszi. Das ist ja quasi Jungle Cleave für die Leute, die sich ein bisschen mehr auskennen, was ich da spiele. Und die cleaven tatsächlich durchs Karma durch, ne? Das juckt die nicht. Einfach, äh, weil ich hab ja am Anfang mit denen gespielt, ne? Dann kam Karma, ich bin halt, wie man's so macht, von der Karma runter. Nein, wir gehen nicht von der Karma runter, wir cleaven einfach durch. Anscheinend ist die Karma aber jetzt auch ein bisschen schwächer, die kannst du auch kaputt cleaven, als sie früher war, so wie's mir scheint. Weil du, also Karma wirft ja eigentlich den Schaden zurück, also da drauf zu cleaven ist halt nicht so clever, weil du dich halt selber wegschießt damit. Aber irgendwie, irgendwie haben die, glaube ich, ein bisschen was geändert, also du kannst Karma, wirft, glaube ich, nur noch eine bestimmte Anzahl an Schaden zurück und dann kannst du halt auch einfach durchbrettern durch die Karma. Zumindest machen das manche, wie die Gruppe da. Aber, ob das jetzt sinnig ist, hm, keine Ahnung. Shit, ich hab, hab ich mich jetzt dann lassen? Ja, ich bin im Hämmern. Du hast viel Hämmern, ne? Ja, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Jetzt sollst du den noch schnell killen in den Arskäfern, so dass ich wahrscheinlich nochmal eingraben. Na komm, töte ihn. Perfekt. Shit, ich bin nicht ganz level up, aber durch die Quests vielleicht. Ah, du bist auch nicht ganz level up, ne? Du bist vorbeigezogen. Ich hab 38% gerade. Echt? Ich hab aber auch vorher die ganze Zeit den Trank nicht drin gehabt, weil ich's vergimpt hab, ne? Ich glaub, zwei Stunden hatte ich den Trank nicht drin. Ich hab mir das rübergeschickt, hab's aber verpennt. Aber ich hab halt den Ring, ne? Zumindest. Einen Ring. Ja. Einen Ring, um sie alle zu binden, oder wie ist das bei Herr der Ringe? Um sie zu knechten, oder irgendwie, sag ich jetzt nach diesem Spruch. Na perfekt. Oh, warte mal, ich hab mit DC, deswegen passiert hier nix. Ah, der feine Herr, ne? Lässt sich carry'n. Kurz einen Moment warten, ich muss die Quests auch noch abgeben. Ach, oh ja, jetzt sollen wir auch noch warten. Mein Quatt. Hut's immer so frei. Seid ihr denn 66, 73, 70, 79? Ja, dann cuen wir halt nochmal, nochmal so in der Indie rein. Wieso ist mein Avatar-Bild nicht bei dir im TS zu sehen? Als Gast nicht die Rechte dazu? Ähm, du musstest, glaub ich, auf jedem TS neu setzen. Also, ich kann dir... Also, das ist ausgegraut. Avatar-Sätzen ist ausgegraut bei mir. Ähm, Moment, jetzt muss ich mal kurz, äh... Möchte ich denn hier Rechte... Ich kann dir ein Member geben. So, jetzt müsstest du Rechte haben. Was willst du denn für ein Bild setzen? So, jetzt bin ich fertig. Äh, seid ihr noch in der Instanz? Ja, wir sind noch drin. Kann... Ich kann einfach cuen, Moment. Aber da setzen, so. Das hier wollte ich. Das kenn ich, das Meme. Kennst du? Hm, klar. Ich bin Meme-Kundig. Ja, so läuft's bei mir gerade, weißt du? Ah, die geht. Die geht, die Instanz. Ich bin der Einzige, warum Schade ist Zorn? So muss ich mit einem Gammel-Schade runterboxen, wieder nix gekriegt, weißt du? Hey, guck mal, ich hab dein Aussehen mit so... Ich weiß nicht, Chakras. Was für'n Chakras? An-Dinger. Wie nennst du die? Äh, Gläven sind das, oder? Gläven, ja, genau. Ouch. Chakras sind andere. Äh. So, aber wann kriegst du da was? Stimmt. Das war das, was in Dings neu reinkam, in, ähm, na, wie heißt's hier, in... Kata, das Chakra, wo eigentlich eine ziemlich starke Heilmechanik, ich weiß nicht, ob's mittlerweile immer noch drin ist, eine ziemlich starke Heilmechanik war, hab ich ja auch einen Healpriest gespielt, und wir hatten aber einen Heiler im Raid, eine Heilerin damals, die gemeint, die hat ohne, also ich hab mir dann, die hat halt echt scheiße geheilt, ne, dann hab ich mir die Logs angeguckt, und sie, die benutzt ihr Chakra gar nicht, und die hat einfach ohne die Maiden-Heal-Ability, äh, das Addons gespielt. Da hab ich sie drauf angesprochen, warum sie das nicht benutzt und so. Ja, nee, damit kommt's jetzt nicht so klar, sieh, das ist einfach weg. Da hab ich mir so, okay. Auch schön. Ja, das war dann auch die Heilerin, die, ähm, beim Nefarian-Kampf, ne, in, also nicht Classic-Nefarian, sondern Nefarian in Kata, in diesem einen, ich weiß gar nicht, wie der Raid heißt, mit dem Wurm am Anfang. Ähm, jetzt zieh mir mal doch noch CD. Hm, ich droppe auch. Schub dir mal. So, jetzt bin ich tot. Ja, ja. Ja, jetzt hab ich nix mehr. Wird sterben. Fuck, oh, ich hab ein Seelen-Dings-Da-Boom-Da. Gleich da, bin gleich da. Pechschwingenabstieg, genau das hab ich gemeint, danke dir. Und, äh, ein Pechschwingenabstieg beim Nefarian-Kampf, äh, die hat's immer nicht, die ist immer nicht auf den Pillar gekommen, ne? Und dann war sie teilweise auf dem falschen Pillar, und hat dann gemeint, sie schwimmt durch die Lava zum anderen Pillar rüber. Und so ein Zeug hat die gemacht. Äh, war richtig toll. Ja, richtig toll, die Frau. Und, naja, ich hab die dann halt, ne, also, ich hab die jetzt nicht böse angefahren, aber hab halt, hab ihr halt versucht, mit verständlichen Worten, zu sagen, dass sie A mit dem Chakra spielen muss, sonst wird das nix. Und, dass sie B halt, äh, net zum Kack machen kann, und dann von einem Pillar zum anderen schwimmen, und sowas, ne? Und dann war ich der, dann war ich der Böse, ne? Weil ich die Frau blöd angemacht hab. Aber, keine Ahnung, also, ich hab halt Raid-Liter gemacht damals, ne? Ich hatte halt zu, zu Wartel, beziehungsweise Katte, meine eigene Raid-Gelde gehabt. Und, ja, weiß ich nicht, dann hat sie rumgeflinnt, und hin und her, obwohl ich das gar nicht böse gesagt hab, ne? Also, sondern, also, ich flame ja keine Leute krass, oder beleidige sie, sondern ich sag halt sachlich, was ich mein, ne? Vielleicht jetzt nicht immer im ganz netten Ton, das kann vielleicht auch sein, ne? Aber, das war eigentlich voll im Rahmen meiner Empfindung nach, und, dann war da ein großes Drama, ne? Manche können also scheinbar nicht mit Kritik umgehen. Ja, ist, keine Ahnung. Dann meinte der andere, ja, du kannst doch die jetzt nicht so dingen, weil das ein Mädel ist. Dann denke ich mir, die muss genauso, ob die jetzt ein Mädel ist oder nicht, muss die genauso, gleich wie alle anderen im Raid das halt hinkriegen, ne? Also, keine Ahnung, mit mir gibt's halt keinen Frauenbonus. Das ist halt, ich weiß nicht, bringt ja nix. Warum sollst du dann einen da bevorzugen, oder einen nie da bevorzugen? Bloß, weil die halt Brüste hat, ne? Von denen hast du ja eh nichts, von denen, wenn du die mit der in WoW spielst, davon hast du ja nichts. Ich weiß nicht, was sich da manche Typen immer ausmalen, ne? Also, keine Ahnung. Naja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn ich anfange, meine ganzen Zauber zu klicken, nämlich nebenbei am Trinken, ne? Ich brauch da leider dann die andere Hand für. Kann ich nicht den einarmigen Banditen spielen? Oder muss den einarmigen Banditen spielen, so rum. Wenn ich die Hand für wichtigere Dinge brauche. Also zum Trinken. Ich habe schon gesehen, wie das Häschen zu der Steintafel gehoppelt ist und das looten wollte, ne? Während dem Kampf genau gesehen. Du Hoppelhäschen, du. Ich habe das Häschen weggeklickt. Wurde, habe ich einen Transmog? Naja, stimmt. Du hast ja alles mögliche getransmoggt. Ja, jetzt bin ich ein Power Ranger. Warte mal. Ist der, ist der eine Dude hier? Ist der der gleichen Gammelgruppe? Bist du in der gleichen Gilde wie ich? Ja, Lot. Nachwuchs, Dings. Ja. Der wurde noch einer geniniert. Habt ihr jetzt schon wieder alle Tafeln weggeniniert, ne? Ich habe das genauer gesehen. Ja. Tatsächlich am Trinken. Der ist manchmal buggy, der Boss. Ja, der darf nicht rauschargen. Man darf nicht in die Richtung zum Ausgang stehen, dann buggt er manchmal. Weil dann resettet er nämlich, der Boss, wenn er da rauschargt. Baum, hey, grüß dich. Hm, ein bisschen aufpassen. Jetzt hat der mir wieder dieses blöden Transmog-Ding gegeben, ne? Blimm. Warte mal, die ganze Gruppe ist ein Hoppelhäschen, sehe ich gerade. Kannst du auch wegklicken. Ah ja, das wäre aber zu einfach. Hat einer vorhin das Ding geklickt? Ich hoffe schon. Ja. Okay, wunderbar. Einer muss ja mitdenken. Bist du der eine, der mitdenkt? Der eine, ja. Müsst schnell sein, da kommt die Party, wollen wir nicht adden. Spring, kleine Hoppelhäschen. Wenn ich nachdenke, ich hasse euch sowas von. Ich hasse euch sowas von. Ich habe es extra noch gesagt, ne? Weißt du? Jetzt buckt der da oben. Wenn wir Glück haben, bleibt er stehen. Wenn wir Pech haben, läuft der hier runter und räumt den ganzen Trash ab und dann haben wir richtig Spaß. Dann haben wir richtig Spaß. Ich habe halt erst zwei Tafeln, weil ihr mir alles weggelootet habt. Also du, mit Trinken ist halt jetzt auch nicht mehr, weil du nicht mehr aus dem Combat rauskommen wirst. Na gut, dann nur noch die kleinen Heels. Steht der da oben noch? Ich sehe ihn halt nicht mehr. Ich habe ihn mal gemarkt. Ja, der steht dann noch immer und guckt auf uns. Hm. Böser war hier. Muss er aufpassen. Warum gehen die Mops nicht tot? Ihr seid schon wieder nur am Tafeln sammeln, kann das sein? Guck mal, DPS für diese Gruppe jetzt hier. Ja. Merkt es schon. Weißt du? Alle Tafeln sind wieder weg. Ach. Meins. Da ist dein DC. Ah, okay. Ah, schau. Der eine läuft da auf der Stelle. Okay, da ist einer schon mal entschuldigt vom Damage. Endbus stehen noch 6 Tafeln. Ja, mal gucken. Aber da sind die anderen wahrscheinlich auch wieder schneller. Hier gab es doch auch damals einen Erfolg, den ich zur Transformation umwandeln lassen, ne? in Hawaii, glaube ich. Ja, da brauchst du halt viel Damage und auch gute, schnelle Kicks, ne? Weil der wird jedes Mal schneller mit dem Cast. Ja. War teilweise nicht ganz so einfach. Da hast du damals einen DK mitgenommen, weil der irgendwie zwei Kicks hatte. Ach ja. Und beim Endboss gibt es ja auch nochmal so einen Kacke-Chiefen, wo jeder mal aufgespießt sein muss. Letztens war ich in der Timewalker drin. Und, äh, dann, dann hat anscheinend einer geschrieben, ob wir den Erfolg machen können. Und ich habe jetzt halt einfach mal, ich habe halt einfach mal gar nichts geschrieben, ne? Und dann haben die das probiert. Und ich habe erst ein bisschen drauf geschossen auf dem Boss, dann schreit er, dann schreit er hier in den Caps-Log, äh, ja, ich soll das jetzt lassen, soll nicht mehr drauf schießen und hin und her. Dann habe, dann habe ich fünf Minuten nichts gemacht. Die haben es halt nicht hingekriegt, dass jeder mal aufgespießt worden ist. Dann habe ich halt langsam wieder angefangen drauf zu dingsen. Dann habe ich angefangen zu beleidigen, was das soll und so. Dann denke ich mir, ich mache doch nicht in irgendeiner Random-Gruppe, äh, wenn ich in irgendein Achievement machen will, äh, verschwende ich doch die Zeit nicht von den, von den Leuten ewig, ne? Wir waren dann zehn Minuten bei dem Boss und irgendwann habe ich den Boss dann umgenutzt, wo ich mir dachte, komm, ich will den Char jetzt hier leveln und nicht wegen irgendeinem Gammler, der jetzt da unbedingt ein Achievement machen will, mal ewig meine Zeit verschwenden. Weil, da muss ich halt sagen, ne? Ich bin ja auch jemand, der für Achievements spielt und so, aber du musst halt immer auch gucken, äh, wenn du da reingehst, nur um Achievements zu machen, dann suche ich mir halt eine Gruppe, die da auch Bock drauf habe und verdamm halt nicht von irgendwas, was ewig dauert, eine Random-Gruppe, die da vielleicht keinen Bock drauf hat. Also das, äh, weiß ich nicht. Also, da muss man halt auch gucken, dass man sich da Leute sucht. Ich gehe auch nicht in irgendeinen Raid und fange dann an, beim Random-Raid zu sagen, ja, lass doch mal die Statue machen und hin und her, sondern dann suche ich mir halt Leute, die auch das machen wollen. Ich finde, manche Leute sind halt echt einfach dreist, die dann immer denken, äh, sie wollen irgendwas und alle anderen müssen dann halt das mitmachen, ne? Verstehe ich halt jetzt. Also kann ich jetzt teilweise nicht so ganz nachvollziehen. Die fallen hier ganz schön instant um. Ja, du darfst hier auch nicht alle drei pullen. Ich habe absichtlich nur einen und dann zum zweiten gezogen, aber den anderen hätten wir nicht auch noch gebraucht, weil die, äh, silenzen nicht die ganze Zeit. Ich glaube, du wirst jetzt, wirst jetzt nicht mehr viel Heilung rausbringen. Ja, ich habe doppel-silence schon. Ich kann mich, ich kann mich nicht selber heilen. Hab nochmal einen silence. Seilstein. Bist du da? Das eine silence am anderen drauf. Wir haben eine silence-Rotation. Und die, die haben eine gute Rate-Absprache, die Dudes, ne? So, jetzt gehen wir mal. Was gibt der denn? Hm? Wer stirbt? Der andere. D.K. Ist irgendwas schon hier irgendwo reingelaufen? So, dala. Gut, die Dinger habe ich, habe ich sonst alles andere hier? Genau, den Inpost brauchen wir jetzt noch. Okay. Alle, alle am Start, dann auf geht's. Zeig dir mal, was ihr an Damage draus haut. Bleibt ruhig drin stehen. Alle haben jetzt so einen hochgesteckten Blutduchsschaden. Sehr schön. Ich muss Damage machen. Will den D.K. abziehen. Oder die D.K.s schon, ich bin über beiden D.D.s. Wollte auch, aber dann hat er angefangen, sich zu drehen. Weggegangen. Ich muss mich selber heilen, ne, hier. Geholt der D.K. mich nach. Oh, da habe ich euch aber deutlich abgezogen. Deutlich. Schaut euch das an. Im Single-Target. Zwei D.D.s abgezogen. Ich war sogar dran. Ja, okay. Fast. Ja, guck mal, ich musste 60k heilen. Musste 60k heilen, ja, stimmt. Sollen wir uns die Quests noch reinbringen. Oh, da müssen wir es auswählen. Dann nehmen wir das mal vielseitig. Ja, nehmen wir vielseitig. Das denkt tatsächlich besser. Und einen Ring, da ist es egal, was wir nehmen. Na, das Level haben wir nicht mehr fertig gekriegt hier. Schade, aber auch. So, da la. Ja, jetzt. Vier Minuten lohnt sich ne Dings nicht mehr. Dann mache ich jetzt noch ein paar Quests draußen. Die zumindest noch fertig. Und dann bin ich vielleicht sogar noch 81. Wenn es gut läuft. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn. Hier kann ich noch zwei abgeben, beziehungsweise muss ich noch so ein paar Typen erschlagen. Ah, die hier müssen wir noch umboxen. Machen wir das noch fix fertig. Dann können wir ja gucken, was wir morgen noch so packen. Ja, wenn wir so gegen 18 Uhr vielleicht noch durchstarten können, so zwei Stunden oder so, bis dein Raid da losgeht. Dann schaffen wir vielleicht nochmal, ja, weiß ich nicht. Kein Problem, ich mache eh nur Archäologie. Du machst nur Archäologie? Ich, ich habe Zeit, also will ich damit sagen, für was anderes. Ach so, ja, ja, okay. Dann können wir mal gucken. Aber wenn wir, wenn wir jetzt nur auf 81 kommen und morgen drei, ja, im Dings schaffst du halt echt teilweise nur drei Level, ne, in der Stunde. Im, ähm, Dings Bracket hier. Dann hast du zumindest, äh, bis zu zumindest 87 oder so. Vielleicht 88, je nachdem wie schnell wir sind. Gut, die Bonus, äh, die Schätze können wir noch mitnehmen, die bringen einen kleinen Boost. Also mal gucken. Dann können wir halt nächste, nächste Woche Samstag dann schon durchstarten und Dings machen. Äh, MOP fertig, beziehungsweise WOD, wissen wir ja jetzt, wie wir mal schnell durchkommen, ne, ich würde das genauso wieder wie das letzte Mal machen. Das ging ja richtig schnell. Haben wir, ich glaube eine Stunde oder so haben wir gebraucht, ne? Machen wir durch. Nur Bonusziele und ein Max-Level-Char dabei oder zwei hatten wir sogar, ne? Hm, das ging echt gut durch. Das ging echt gut durch. Ja. Dann das Legion-Zeug noch. Ich denke mal, dann kann ich den tatsächlich nächste Woche Samstag schon, schon soweit fertig machen, ne? Gucken, wenn die Invasion noch gut liegen, kannst du da noch was basteln? Machen wir mal gucken, was ich danach mache. Ob ich dann die, ob ich dann die nächsten Samstage quasi meine zwei Ali-Chars, die ich noch auf Low-Level habe, ob ich die dann hochziehe oder ob ich die so, ob ich die noch offen lasse oder was ich dann mache. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich habe halt noch den, einen, den Paladin und den, äh, den Hunter, die beide um die 60 rum sind und die will ich halt eigentlich nicht löschen, weil das sich irgendwann mal bequem so nebenbei eigentlich hochleveln, zumindest war so der Plan. Aber da muss ich mal gucken, wie ich es mache. Bis die nächsten verbündeten Völker rauskommen, dauert es ja noch ein bisschen, ne? wahrscheinlich dann mit Patch 8.2, 8.2.5, so rum, dass ich es noch rausbringe und das wird halt doch noch ein gutes Stück dauern, weil jetzt dauert es jetzt erstmal noch zwei Monate, bis der, bis der 8.2 rauskommt, schätze ich jetzt mal grob, ne? Und dann wahrscheinlich nochmal drei Monate, bis der 5er Patch, naja, vielleicht auch nur zwei, 5er kommt ja meistens nicht so viel. Wahrscheinlich vom WoW Classic sogar vorher raus, ne? Bevor es eine neue Klasse gibt. Das schätze ich auch, ja. Ja, ich schätze irgendwann Mitte, Ende Sommer könnte Classic rauskommen. Ich habe mich schon im Internet ein bisschen was zusammengesucht. Schnellste Level-Route, weißt du, alle Quests, wirklich geradlinig durch, ne? Soll wohl innerhalb von vier Tagen, 20 oder fünf Tagen, Spielzeit, sollst du wohl Max Level sein? Mal gucken, ob das geht. Aha, das hat damals schon echt lange gedauert, ne? Also da warst du schon ganz gut beschäftigt. Ich war ja auch damals neu, ne? Und Classic war alles schön neu, alles. Und war am Grinden und ja, es hat, glaube ich, gefühlt ein, zwei Monate gedauert, glaube ich. Ja, vor allem, du hast, also, ich kann jetzt für mich sprechen, aber du hast damals auch nicht, einfach nicht so viel gespielt, das kommt ja auch noch dazu, ne? Teilweise als Kind nur ein, zwei Stunden gespielt und da hat es natürlich dann auch ewig gedauert und sich hingezogen. Ja, oder wahrscheinlich sogar noch wie du mit deinen Brüdern, die ja die Spielzeit teilen müssen, ne? Ja, ja, da hat dann jeder immer eine Stunde oder so spielen dürfen oder ein bisschen länger und, äh, da warst du echt, da warst du echt lang unterwegs. Da hast du dich dann mal abgewechselt. Ich habe hier meinen, meinen Hexer damals gespielt, meinen kleinen Bruder. Der hatte, glaube ich, nur Magier. Hatte der einen Schurken? Ich bin, ich glaube, ich glaube Magier und mein großer Bruder, der hatte einen Worry gespielt. Die alle halt auf einmal counten, ne? Tja, das war noch Sachen, waren noch Zeiten. Musst du mal gucken, wer dann weiterkommt. Ich habe auch mit dem Worry angefangen super schön weglaufen, wenn du mehr als ein Gegner hattest. Ja, das, du musst das auch zwischenunter recken. Du hast einen Kampf gespielt, dann hast du dich wieder hingesetzt und gerekt. Du hast wieder einen Kampf gespielt, wieder hingesetzt und gerekt. Also, du hattest halt, und vor allem, du hast ja teilweise, äh, fast eine Minute, naja, gut, der Minute ist jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber so 40 Sekunden hast du teilweise schon in einem Mob rumgeklopft, bis, bis du den kaputt hattest, ne? Also, es war halt, war halt dann schon ein bisschen eine Aktion. Dann hast du dich halt wieder 10, 20 Sekunden hingesetzt und wieder gerekt. Und wenn du mal 2, 3 gepullt hast, dann wird es schon echt eng. Vor allem im Low-Level mit keinem Gear. Count Gear gab's nicht. Ich weiß nicht, ich fand's, es war jetzt nicht das bessere Gameplay, es hat halt alles, war halt alles, äh, viel langsamer und hat halt einfach alles viel, sich länger gezogen. Ja, ich bin auch gespannt, wie, wie sich die Server darstellen oder die Server-Auslastungen, ne? Wie, ich denk mal, dass innerhalb von einem Monat oder so nur noch ein Drittel der Leute spielen wird oder so. Ja. Ich glaub's auch, dass es ziemlich schnell abflachen wird. Dass viele, okay, hier, ja, Hype, äh, ich will da jetzt mal gucken und dass es dann ziemlich schnell weniger Leute werden. Aber wir werden mal gucken, ne? Es gibt, es gibt bestimmt, es gibt bestimmt viele, die da auch langfristig durchziehen und deswegen gab's ja auch die Classic-Servern alles, aber ich glaub, die Groß, äh, Großteil, der jetzt da am Anfang gehypt ist, wird sich das angucken und es wird ziemlich schnell abflachen. Also ich glaub auch, dass zwei Drittel der Leute, die da reinschauen, relativ schnell raus sind beziehungsweise nicht mal Max-Level erreichen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher und, äh, zu den Leuten zähle ich mich persönlich auch. Mal gucken. Wird sicher mal reinschauen, ob ich komplett hochlevel, das weiß ich noch nicht. Ja, mal schauen. Aber wahrscheinlich werde ich dann ja tatsächlich dann einen Hexer machen oder einen Shadow. Das sind die beiden, die ich zu Classic gespielt hab. Shadow? Der war doch damals nicht so berühmt, oder? Zu Classic? Ohne Scheiß, wo ich meinen Shadow hochgespielt hab, der hat abgeräumt ohne Ende. Ich konnte Totenkopf Elite-Mobs alleine machen, weil der sich so gegengeheilt hat, der Shadow. Das war echt krass. Du, du hast dich, wenn du, wenn du es, wenn du es richtig gespielt hast, war der Shadow richtig OP, zumindest zu dem Patchstand, wo ich jetzt gespielt hab. Äh, ich hab teilweise, äh, im, im Dingster-Boomster, im Tempel, hab ich, äh, geheilt, getankt und am meisten Schaden gemacht. Da hatten wir einen Run, da ist der, der Tank raus, ne? Und dann waren wir zu viert. Und ich hab halt eh, äh, ich glaub, 70, 80% Gruppenschaden mit dem Shadow gemacht, hab einfach alles zugedottet. Er war aber eigentlich der Heiler, ne? Bin, bin aber dann aufs Shadow gegangen, ähm, hab dann mich selber so gegengeheilt, quasi der Tank ist rausgelaufen, weil er von nichts mehr Agro hatte. Ich hatte von allem Agro und, ähm, hab dann quasi geheilt, am meisten Schaden gemacht und getankt aus Shadow und das ging halt wirklich in dem Tempel, das ging halt dadurch, weil ich halt, äh, nicht aufgehört hab zu pullen, einfach mal weitergelaufen bin und dann gepullt und dann hatten alle Dots drauf und das hat mich ja dann wiederum geheilt, ne? Das ging, ging ganz gut, muss ich sagen. Also es war richtig, richtig krass und außer meinem Questen, ne? Ich konnte halt wirklich die, die recht hohen Mobs pullen, ähm, weil ich mich halt so krass heilen konnte. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Petstand es genauso war. Ich glaub, der war eine Weile auch ziemlich beschissen, ne? Also ich, ich, ich hab, äh, Hexenmeister sehr gefürchtet damals. Die haben dich zugedottet, haben dich weggeführt, ne? Also Worry. Mhm. Da warst du ziemlich ausgeregt, geliefert. Naja. Und viel PvP hab ich jetzt damals nicht gemacht. Ich hab ja auch im PvE-Server auch gespielt, da war das jetzt nicht der Stress. Aber, ja, war schon, war schon eine ganz coole Zeit, muss ich sagen. Es war, es war halt ein anderes Gameplay, als du es jetzt hast, ne? Das ist klar. Das musst du nicht machen mit den Mobs. Ich kam irgendwann Ende 2005 überhaupt auf WoW durch einen Kollegen und dann, ich glaub, es war schon eher fortgeschritten, Classic, als ich das gespielt hab. aber dann nur noch in Moulton Core mal reingeschnuppert, ein bisschen gespielt, dann war schon wieder vorbei fast. Ja gut, klar. Ich hab jetzt auch nicht krass gerated in Classic oder irgendwas, ne? Das, das mit Sicherheit auch nicht. Ich hab dann halt auch quasi, äh, was hab ich denn an Raids gesehen? Ich war in, in MC war ich drin, äh, in, in Zulgurup waren wir drin, da haben wir uns totgeweibt quasi und ich glaub, in Anku 20 war ich mal drin, aber das war's dann auch, ne? Aber jetzt krass gerated nicht. Ich glaub, in MC haben wir irgendwie zwei, drei Bosse umgehauen und sonst war nicht viel, ne? Aber da war ich halt auch zwölf oder so, keine Ahnung, sowas um den Dreh. Also von dem her, ja. Ich weiß noch, wie wir in Molten Core drin waren, dann hatten wir diesen, dein Boss da, ne? Mit ganz vielen Ads bei sich. Gar meinst du? Ja, genau den. Und dann, äh, musste ich, äh, einen der Ads tanken, ne? Hast du ein Schild dabei? Ja, irgendwo muss ich mal eins suchen und dann, und dann durfte ich so einen Dings da tanken. Ja, super. Als DD, ne? Und, äh, ich weiß auch noch, als wir diesen einen Caster-Boss in dem nächsten Raum zu dem Gar-Raum gepult haben. Ach, du meinst, Baron Geddon meinst du, oder? Äh, ne? Sogar den Caster, glaub ich, der im nächsten Raum. Der Baron Geddon ist ja der Feuerelementar. Genau, der, der läuft da ja vorbei und dann ist ja rechts in der Ecke noch so ein Caster-Boss. Ja, ja, das ist sie, aber das ist, oder? Warte mal. Das ist Baron Geddon? Ah, ne, Baron Geddon ist der, der rumläuft und dann ist so eine Echse. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie die genau heißt. Die Echsen, die, äh, Echse habt ihr rüber gepult, okay. Genau, die haben wir einen Raum vorher reingepult, so, da, genau, da ist der, Baron Geddon ist der Feuertyp. Stimmt, Baron Geddon ist der, der rumläuft und diese Feuerechse, die steht da, die blaue ist das, die steht, die hat irgendwas mit Debugs gemacht, aber ich weiß auch schon nicht mehr genau. der hatte viele Arcane-Explosionen und sowas geballert, ne, und ich weiß noch, ich in der Gruppe mit allen warte, bis der Tank oder irgendwer, weiß nicht, wer das gepult hat, in den Raum kommt und dann hatte ich, ich weiß nicht, Berserker-Wut oder irgendwie so einen Scheiß habe ich gezündet, ne, da kam der Boss auf mich und habe mich instant weggeboxt. Ich weiß nicht, was das für ein Skill war, aber ich hatte Agro, ne, nur weil ich irgendwas gezündet habe. weiß nicht mehr, was es war. Ja, da haben ja noch alle, alles, was du gezündet hast, irgendwo Agro verursacht, ne? Ja. Das war so ein Game-Move. Ja, gut, wenn du es nicht weißt, ne? Ja, 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 einfach nur irgendwas rumgegammelt haben und du hast die Bosse ja trotzdem gelegt, zumindest noch im Molten Core, ne? Also die ersten. Ich wusste auch nicht, ich wusste auch nicht wirklich, was ich da tue, ne? Ganz ehrlich, also, also wir sind draufgefeuert, aber da hattest du ja auch nicht viel Boss-Mechanics, ne? Also es gab ja wirklich viele Bosse, ich weiß gar nicht, ob es hier im Dungeon-Compendium drin ist, ne, es gibt gar keinen, es gibt gar keine Spells hier, aber viele Bosse, die können ja wirklich nichts außer Milihits und einen Dot setzen oder so. Ich meine, hier einer von den Ersten, konnte ja auch nicht viel mehr. Also dir wirklich nur Auto-Hit und einen Dot setzen, das war's, den konntest du halt dispellen. Das war ja bei vielen Bossen so, dass die halt wirklich nicht mehr Mechanik hatten, außer das. Ja. Also damals waren die Mechaniken bei den ganzen Raids nicht sonderlich schwierig. Das Schwere war halt eher an sich die Sache für zig Mann zusammenzukriegen und die einigermaßen irgendwie so in den Raids zu koordinieren, dass es nicht ganz schief läuft. Aber schwierige Raiding Counter waren das nicht, wenn das jetzt heutzutage mit Movement und hin und her vergleicht, da waren ja fast alle Bosse, dass du wirklich auf dem Fleck stehst und draufcastest. Das Caster, mehr war's halt nicht. Du musst es also, eigentlich ist es eine Bossertrappe, eine bessere und du hast halt irgendwann Loot gekriegt, wenn das, wenn der, wenn Hila und Tanks es einigermaßen richtig gespielt haben, ohne jetzt zu sagen, dass die viel mehr leisten mussten. So war das. Wir sind ja 80, wir müssten jetzt eigentlich in der Pandaria und die Schätze sammeln, ne? Ja, jetzt müssten wir die Schätze sammeln, aber das machen wir dann morgen, würde ich sagen. Oder besser gesagt, heute, heute Abend dann. Dann können wir dann ein bisschen Schätze sammeln gehen, beziehungsweise die Dings, ach, schon mal hier noch einen Buff gekriegt, beziehungsweise dann halt MOP beziehungsweise die Cutter-Innis einmal ein bisschen durchlaufen. So, nichtsdestotrotz sind wir jetzt mit der Stunde schon wieder gut drüber. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, schaut ihr gerne das nächste Mal wieder rein. Euer Tila, bis dann, ciao.